Ausgangspunkt ist auch diesmal wieder ein Schild. Lieber Gast, Ihre persönlichen Daten werden wir sechs Wochen speichern und innerhalb dieses Zeitraums ausschließlich den dazu befugten Behörden und nur auf deren Verlangen aushändigen. Danach werden sie vernichtet. Tja, falsche Rechtschreibung gefährdet Leben. Natürlich hat das nicht immer so weitreichende Konsequenzen wie hier, aber es gibt noch andere Fälle wie zum Beispiel der gefangene Floh. Wir halten also fest, Großschreibung kann die Bedeutung von Sätzen völlig verändern. Man kann aber zwischen verschiedenen Formen der Großschreibung unterscheiden. Das sieht man sehr schön beim Schild. Die ersten drei Wörter des Textes sind großgeschrieben, aber aus unterschiedlichen Gründen. Lieber, weil es am Satz bzw. hier sogar am Textanfang steht. Gast, weil es ein Substantiv ist, eine Spezialität des Deutschen. Ihre wird im Gegensatz zum Sie am Textende tatsächlich großgeschrieben. Es ist ein Anredepronomen. Wie und wann ist es also zu diesen Großschreibungen gekommen? Am ältesten ist die Großschreibung am Textanfang. Das St. Galler Pater Noster aus dem 8. Jahrhundert ist einer der ersten erhalten gebliebenen Texte des Deutschen. Hier wird das F in Vater deutlich größer geschrieben. Zum Teil wurde diese Initiale aufwendig verziert und bebildert, wie in dieser Ausgabe der Lutherbibel. Solche Schmuckinitialen wären aber noch ein eigenes Thema, denn sie können kreative Formen annehmen. Und äh, manchmal auch sehr absurde Formen, wie bei diesem K. Nun ja, zurück zur Lutherbibel. Hier haben wir nicht nur die Großschreibung am Satzanfang, sondern auch bei Substantiven wie etwa Gott. Andere wie Anfang, Erde oder Wasser wurden hier aber noch klein geschrieben. Das ist nicht verwunderlich, denn die Substantiv-Großschreibung hat sich stufenweise entwickelt. Nomina Sacra wie Gott wurden da früher großgeschrieben als andere Wörter. Diesen Prozess sieht man sehr schön in dieser Grafik. Sie zeigt, wie verschiedene Grammatiker im 16. und 17. Jahrhundert die Regeln zur Großschreibung ausgelegt haben. Zunächst sollten nur die Eigennamen wie Länder und Städte großgeschrieben werden. Gut ein Jahrhundert später war die Liste aber schon erheblich länger. Solche Grammatiken geben das Geschehen aber oft nur verzögert wieder. Die Großschreibung von Eigennamen begann etwa schon im 13. Jahrhundert. Kurios ist übrigens, dass es teilweise sogar zu einer doppelten Majuskel kam. Das sieht in unseren Augen falsch aus. Solche Schreibungen wurden ab dem 16. Jahrhundert aber bewusst eingesetzt, um Nomina Sacra wie Gott und Herr gegenüber den anderen Substantiven wiederum hervorzuheben. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Großschreibung am Textanfangs seit frühester Überlieferung erfolgte. Dann kam die Großschreibung am Satzanfang hinzu. Die Substantiv-Großschreibung erfolgte dann im Früh-Neuhochdeutschen stufenweise nach semantischen Kriterien. Etwa um 1700 ist dieser Prozess weitgehend abgeschlossen. Da nun alle Substantive großgeschrieben werden, spricht man häufig vom grammatischen Prinzip. Die Benennung kann sich aber in der Literatur unterscheiden. Fehlt noch die Großschreibung der Anredepronomina. Die breitete sich ebenfalls im 16. und 17. Jahrhundert aus und diente natürlich der Kennzeichnung von Höflichkeit. Das rechnen wir dem pragmatischen Orthographieprinzip zu. Vermutlich hat gerade die desambiguierende Funktion zwischen den Personalpronomen zur Etablierung beigetragen, was beim Schild ja aber schiefgegangen ist. Im Zuge der Reform von 96 wurde die Großschreibung der zweiten Person Singular abgeschafft, mittlerweile ist sie aber wieder in Briefen möglich. Ich habe das hier ja sowieso nicht so ganz konsequent gemacht. Manche Leute empfinden die Kleinschreibung immer noch als unhöflich. Aber über die Sinnhaftigkeit von Schreibungen wird schon seit Jahrhunderten gestritten. Die Substantiv-Großschreibung wurde wie gesagt ab 1700 meist realisiert. Völlig unumstritten war sie aber nicht. Einige lehnten sie nach wie vor ab. Ein mehr als entschiedener Gegner war Jakob Grimm. Er wendete sich klar gegen die Substantiv-Großschreibung, die er als Missbrauch großer Buchstaben ansah. Auch an anderer Stelle echauffierte er sich über diese hässlichste Entstellung. Er sieht darin sogar die Würde der Sprache verletzt. Er behauptet, dass die Großschreibung dem Überblick schade. Außerdem sagt er, dass sich auch im Englischen die Substantiv-Großschreibung entwickelte, sich dort aber nicht durchsetzen konnte. Und das stimmt tatsächlich, wie wir etwa bei Shakespeare-Drucken sehen können. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Großschreibung aber wieder abgebaut. Ähnlich war das auch im Französischen. Im Dänischen wurde die Kleinschreibung von Substantiven erst 1948 eingeführt. Warum hat sich die Großschreibung aber gerade im Deutschen gehalten? Schließlich war es für uns alle mühsam zu lernen, welche Wörter groß geschrieben werden und welche nicht. Denn auch wenn die Regel, Substantive schreibt man groß, sehr einfach ist, stellt sich die Frage, was man alles als Substantiv wertet. So gibt es viele Zweifelsfälle. Nach den derzeit gültigen Orthographie-Regeln ist manchmal sogar beides erlaubt. Andererseits wird argumentiert, dass das Deutsche durch die Großschreibung zwar schreiberunfreundlicher, dafür aber leserfreundlicher ist. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass die Substantiv-Großschreibung zu schnellerem Lesen führt. Diese sind aber nicht ganz eindeutig und umstritten. Außerdem wird häufig argumentiert, dass das Deutsche zu komplexen Nominalgruppen und vielen Substantivierungen neigt. Da helfe die Großschreibung, die Struktur des Satzes besser zu überblicken. Also das genaue Gegenteil von Grimms Auffassung. Das könnte auch ein möglicher Grund für die Beibehaltung der Großschreibung sein. Dennoch gibt es auch heute noch Forderungen, die Substantiv-Großschreibung im Deutschen abzuschaffen. Mal sehen, ob das irgendwann in den nächsten Jahrzehnten noch passiert. Für gänzlich ausgeschlossen halte ich es jedenfalls nicht. Dann würde Jakob Grim doch noch seinen Willen bekommen. Aber gut, da sind wir natürlich im Bereich der Spekulation. Und spannend ist nicht nur auf die Norm zu gucken, sondern auch auf bewusste Verstöße dagegen. Denn das hat Potenzial für Kreativität. Ein meiner Meinung nach interessantes Phänomen ist eine alternierende wortinterne Großschreibung, der man manchmal in den sozialen Medien begegnet und die dazu benutzt wird, eine nach eigener Meinung dumme, abgedroschene Aussage nachzuäffen. Diese Alternating Caps gehen auf ein 2017 entstandenes Spongebob-Schwammkopf-Meme zurück, wie man etwa in diesem Artikel nachlesen kann. Mittlerweile hat sich diese Binnen-Großschreibung vom Meme gelöst und ist auch im Deutschen verbreitet. Also ein schöner Missbrauch großer Buchstaben, wie Jakob Grim sagen würde.